Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Brick Force Also seit dem Update habe ich ein paar Probleme was die Frames anbelangt Und das liegt auch echt vom Server am Server unterschiedlich also Ich weiß nicht was Brick Force da macht im Augenblick Es ist sehr sehr merkwürdig alles und ich bin hier gerade auf einer sehr sehr merkwürdigen Map Und da habe ich gerade einen Let's Player anscheinend umgebracht Da eventuell auch da bin ich mir sicher BLP Hm Also bei Love Äh PS Ich weiß es nicht Uncool Ich will doch Frieden Wissen wir ja nicht wirklich Au Ich hatte ein Lebenspunkt Ja der kriegt mich Der kriegt mich nicht Der kriegt mich nicht Der kriegt mich nicht Der kriegt mich nicht Mhhh Stickbrett Brick dead Brick dead Stickbrett Brick dead Uua Jo das war palöt Das war auch palöt Was Ich habe die Schlüssel gehört Komm ich denn hier weg So komme ich hier weg Wow Toll Wurde er mir weggeschnippert Da ist 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 Ich habe vergessen den Countdown zu machen. It's a final countdown. Du du du. Ihr müsst euch definitiv. Der final count mal angucken. Da hinten. 1, 1, 2, 2, 1, 2. BLP. Boah leck 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 leck. Na da hat er mich anscheinend gerade erkannt. Ich habe vorhin auf einer Map gespielt und auf einmal fing ich an. Ich will den Noob Grießball töten. Bitte lief Team. Ich will Team wechseln. Ich dachte ja ok. Schön. War der beste aus meinem Team und ich hatte alles Noob bezeichnet. Wo ich mich eh schon mal über die Definition der Leute von Noob aufrege. Und dann kam es einfach dass ich die zweimal mit einer Granate getötet habe. Und einmal so. Ich habe mich zwar auch ich glaube viermal getötet oder so. Währenddessen ich bloß nur dreifach Tötungen gemacht habe. Und ich glaube sie mir 10 AP abgezogen haben. Und eigentlich die restlichen alles gemacht haben. Oh. Äh. Moment. Oh fuck. Haha. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. die rambo hier auch gerade dicke mit granaten rum dicke mit granaten rum dicke mit granaten rum oh fucky fucky alter 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 war das gerade ein massaker das ist das denn da geht sind hier rein wo bin ich jetzt aber ich bin gefangen geile scheiße steht mir lili lili wie komme ich jetzt hier raus gar nicht anscheinend okay cool hilfe 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 ja geile scheiße keine granaten oder so ich habe doch nur sechs leben kann jetzt immer wieder granate reinschmeißen keine muni mehr ich will es ja auch nicht nachladen oder so dafür warum macht man denn sowas so blöd hallo ist so blöd ich will jetzt nicht in raum lieben hallo ich komme hier nicht raus das ist mir ein graus das ist ja voll schlimm kommt hier nicht raus sehr durchdacht Nein, 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 nein Ähm, ja. Irgendwie ja. Dankeschön. So schnell kann es gehen. Und wieder bin ich im Spiel. Jetzt habe ich noch eine Chance zu gewinnen. Geht in die Decke. Denn nur die Decke. Creamy, welchen Raum bist du? Ich bin in Raum 13. Cool Shooting Map. Heute kann ich das einfach joinen. Achso, der hört mich ja gar nicht. Wo kommen wir denn hier hin? Creamy. Auch noch nie gehört den Namen. So aus wie Pogo Pommes kenne ich. Aber Creamy? Alter Föller. Hier ist gerade wohl die Luzi abgegangen. Da oben. Oder hier. Okay, das war gerade echt fies. Oh. Stick Bread. Stück Brot. Das andere von uns. Okay. Dumm, aber glücklich. Ähm, okay. Ne, das gewinnen wir definitiv nicht mehr. Ich brauche noch 6 Kills. Oh, da hat er verfehlt. Da hat er verfehlt. Und der trifft mich nicht. Ewig. Na, eventuell gewinnen wir es doch noch. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Zurück. VIP Tower. Nein. Spongebob. Nein. Deep Tower. Nein. Irgendwas, was spielt. Auf 9XP. Nein. Have fun. 80 KOs. Schaffen wir die so schnell? Ich glaube nicht. Egal, wir probieren es. Snipergewehre sind die einzige Waffe mit dem man die Gegner durch anziehen wollen wir sehen kann. Oah, da, 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 da. Lad, 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 lad doch ein bisschen. Schneeeh, na, na. Da, la, 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 la. Da, la, 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 la. Okay. Da hinten. O-M-G, er verfehlt mich auch noch. O-M-G. O-M-G, O-M-G. Komm, die hole ich mir irgendwie. O-M-G, O-M-G, O-M-G. Geil, nur ein Einstieg von einer Seite. Trrrt. Und wieder runter. Und es geht wieder runter. Runter, es wird immer runter. Ja, ich weiß, ich bin noch ein bisschen komisch. Nein, diesmal mache ich kein Glas, ich habe Angst vor Glas. Oh, Fuki. Gerade bin ich echt nicht so cool drauf. Hätte ich schon besser rum. So, da hinten habe ich angesehen, da habe ich angesehen den Builder. Dann haben wir hier einen Malagon oder so, weiß nicht. Wow. Oh, Great Kill. Geht doch eigentlich, 10, 0, 2. Joa, bin ich fast zufrieden mit. Gending Map halt noch nicht, das ist gerade zu meiner Ausrede. Ich glaube, der hätte nicht erkannt, dass ich vom gegnerischen Team bin. Ich habe doch gerade den Halt dran gedrückt. Möbeln oder nur Nöbeln. Nee. Also, da steht Hihihi loll. Hier ist der Hihihi loll. Hohen Kier. Hi, hihihi loll. Ach, das ist Bilder mit seiner Kack-Sniper hier. Den hole ich mir auch gleich, wenn ich irgendwie mal finde, wo es durchgeht. Da geht es durch. Alter Falter! Diese Texturen hier verwirren mich gerade leicht. Alter, alter Falter, habe ich ihn mit einem Brickshot weggezogen. Hackerer, ich habe ihn auch noch getötet. Hackerer, nicht Hackerer, Hackerer. Kommt die gleich nach oben. Au! Flipp. Liegt der Header tot am Boden, kann man den Griesbrei wohl nur loben. Liegt der Griesbrei tot daneben, hat der Header einen schlechten Pengo gelegt. Miss? Ja. Ich finde es lustig, wenn es im Brickforce auch irgendwie Blöcke mit Gravitation gäbe. Die halt runterfallen, wenn man irgendwie, kann man ja so Kisten machen mit dem, von wegen, dann schießt man die Kisten kaputt und fallen die Blöcke nach unten und weiß nicht. Ich glaube, da kann man lustige Dinge mitmachen. Irgendwie so verlorene Tempel mit Fallen drin von alten Weißnit-Ureinwohnern, die damals Fallen in den Tempel reingebaut haben. Wäre, glaube ich, recht cool. Alter, 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 ey, die scheiß lecker. Ähm, ja, es wird definitiv eine Folge mit Überlänge sehe ich jetzt schon. Ich sehe aber auch gerade keinen. Da hinten auf der Mauer. Heere, hat er in Raumfahrt, lass ich. Kann ich aber mal schreiben. Schrieben. 43, go, go. Mal gucken, ob er kommt. Bisher hat er mich einmal getroffen. Oder es war Bill, dann ne, der sieht mich gerade gar nicht. Das ist auch gar nicht Bild, aber es war sch... Gebt mir Deckung. Ne, vorwärts. Deckung brauche ich anscheinend nicht. Na, fuck, das geht ja auch nicht. Aua. Die Granate noch im letzten Augenblick gezündet, das habe ich nicht mitbekommen. So ein Schmankerle. Oha. Was habe ich denn? 34, wie viel hat man denn? 42, äh, 40. Okay, okay. Ich bin froh, dass die dafür so schnell nachlädt. Oh, ich habe noch mitgerissen. So, Moment. 43. 43. 43. 43. 43. 43. Ja, das schmeckt doch gut. Ja, das schmeckt doch gut. Triple kill. Zocke hat den Raum beträgt. Ja, fuckerig. Gibt es doch nicht. Na, Gries. Na, Zocke. So, geht in Deckung. Geht in Deckung. Geht in Deckung. Oh, oh. Da hätte ich ihn fast gekriegt. Da. Stürb. Alter, feller. Win. Okay. Dann kann ich jetzt hier einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge. Wenn es wieder heißt, Let us play Brick Force. Bis dann verabschiede mich recht herzlich von euch. Bye. Euer Kriegsbrei.